Beim Mondschein arbeiten? Könnte das funktionieren? Was hältst du von folgender Idee? Ich bin im Moment hier am Gardasee und wie du siehst, geht der Mond gerade auf. Ich gehe mal etwas näher an den Rand unseres Gartens heran und ihr seht, der Mond ist schon ein paar Minuten aufgegangen, spiegelt sich fantastisch im Gardasee. Und was hat das jetzt mit Arbeiten zu tun? Die Frage ist doch, wann hast du deine besten Gedanken? Wenn ich am Schreibtisch oder in der Dusche oder vielleicht draußen beim Aufgang des Mondes und beim Betrachten des Mondes, wie sie sich in der Wasseroberfläche spiegelt. Und wenn da gute Gedanken kommen, was ist denn das? Ist das Arbeit oder Spaß? Ganz egal. Wenn diese Gedanken, diese Ideen dich voranbringen in deinem Job und vielleicht auf dem Weg zu deinem Traumbusiness, dann war das eine sehr erfolgreiche Arbeitssession beim Mondschein. Ich bin gespannt, wann du deine besten Ideen hast, deine besten Gedanken kommen. Poste sie einfach hier unten in den Kommentaren und ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare.